Peinlicher Strafstoß eines Kapitäns. Beim Spiel der belgischen Erstligisten Gent und Wasland-Beveren leistet sich Gent's Ilombe Mboyo einen üblen Patzer. Basibum von Wasland-Beveren foult Christian Brühls im eigenen Strafraum. Gent's Mannschaftskapitän Mboyo macht sich für den Elfmeter bereit. Ruhig läuft er an und schießt. Aber der Ball kullert nur schlapp am Tor vorbei. Eine peinliche Blamage für den 25-jährigen Stürmer, der seit kurzem für das belgische Nationalteam spielt. Ein Unglück kommt bekanntlich selten allein. Am Ende gewinnen die Gäste mit 2 zu 0.